Spielt ihr gern? Ja. Macht ihr gern langweilige Spiele oder Quatschspiele? Quatschspiele. Weil es mir Spaß macht. Ist Quatsch gut? Ja. Quatschspiele mache ich. Ja? Ja, der ist so eine Quatschmacher. Matschspiele. Ach, Matschspiele. Was sind das denn für Spiele, Matschspiele? Kennt ihr auch nicht. Der macht immer Quatsch, der gerne. Ja, auch in der Klasse. Da redet der Quatsch, was wir gar nicht sollen. Alarm, Alarm! Die dicken Äpfel kullern über sie. So einen Quatsch machst du gern, oder? Ja. Gernot, der alte Quatschmacher. Ja. Der junge Quatschmacher. Ach, der junge Quatschmacher. Ja. Ja, dann wollen wir mal gucken, ob er jetzt auch Quatsch macht. Ich habe hier zum Beispiel eine Quatschgeschichte. Und da steht oben drüber, vom Leinünsler Asimir und seinem Lugen Aadu. Ja, was gibt es denn da zu lachen? Aadu. So gute Überschrift, ne? Ja. Vom Leinünsler Asimir und seinem Lugen Aadu. Ich kann hier nicht lesen. Ach, ich kann nicht lesen? Wie könnte die denn heißen? Vom, 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 keinem Künstler. Filmkünstler. Leinkünstler. Nee. Kleinkünstler. Sehr gut. Sie hat es rausgekriegt. Asimir. Kasimir. Und seinem Lugen. Lugen. Aadu. Kakadu. Kakadu. Asimir war nämlich ein sehr leiner Ünsler. Kleiner Künstler. Noch leiner als ein Leinint. Noch kleiner als ein Kleinkind. Asimir war ein Litzeliner Erl. Asimir war ein kleiner Kerl. Ein Nirbs. Ein Knirbs. Nicht viel größer als ein nallbunter Aadu. Ein knallbunter Aadu. Trotzdem war Asimir sehr lug. Klug, klug. Oh ja, sehr räftig. Kräftig. Und onnte viele Ünste. Und konnte viele Künste. Erstens spielte er wunderbar Lavier. Klavier. Er lapperte mit beiden Füßen. Er klapperte mit beiden Füßen. Über die Laviertasten. Über die Klaviertasten. Das ist lustig Limperde. Das ist lustig Klimperde. Oh, jetzt habt ihr es raus, ne? Ja. Sein Aadu sang dazu aus voller Ehle. Sein Kakadu sang dazu aus voller Ehle. Dieses Onzert war ein richtiger Nüller. Dieses Onzert war ein richtiger Knüller. Was denn Knüller? Oh, weiß ich auch nicht. Klasse. Was? Klasse. Lasse. Ach, Lasse, nicht? Lasse. Lasse. Klasse. Klasse. Wer kann ein Gedicht von euch? Ich. Sag mal eins auf. Wir heißen die Mitte. Wir heißen die Mitte. Weißt du? Ich kenn auch noch eins. Im ersten Wohnspaum ab. Dann komm mal her. Ich weiß nicht. Dann komm du her. Du, wie man, du hast einen Knopf auf. Du hast einen Knopf auf. Das ist Regenlied. Wie heißt das nochmal? Regenlied. Der Winter singt sein Regenlied. Hui, hui, hi. Der weiß vorher, was gleich ist hi. Hui, hui, hi. Hört ihr es noch nicht klopfen? Tup, tup, tup. Es fallen große Tropfen. Tup, tup, tup. Er trommelt auf dem Regendach. Trumm, trumm, trumm. Und macht der Maus die Kinder wach. Trumm, trumm, trumm. Der Winter ist ein Wundermann. Hui, hui, hi. Der sagt vorher das Wetter an. Hui, hui, hi. Jetzt muss ich klatschen? Ja. Ihr klatscht mit. Sollen wir noch ein Spiel machen? Ja. Ganz lustig. Ihr spielt gern, ne? Ja. Ich möchte das Sexoarm spielen. Rrrr, rrrr.